Was war jetzt das? Der greift die Insel an. Was geht ab, liebe Leute? Einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist relativ spontan entstanden und zwar hat mich der lieber Woody, jeder kennt ihn aus Fortnite, einfach mal so in so einer 2 Minuten Aktion das Spiel rough gegönnt, ja. Und äh, eigentlich wollte ich das nie spielen, aber wenn ich das jetzt so sehe, hab ich eigentlich schon voll Bock drauf. Und äh, hast du jetzt schon eine Welt gemacht? Nein. Okay, das heißt, ich mach jetzt eine neue, okay? Ja, ne, ich mach jetzt eine neue. 6,5 Stunden später Was müssen wir machen? Wir müssen uns Sachen angeln, oder was? Überhaupt nicht. Ja, kommt, das Ding ist so ähnlich wie eine Minecraft, ne? Ja, dass es hier aufbaut, dass du alles erforschen musst. Und wenn du da rein springst, dass du stirbst. Ja, warum? Weil die Ingenieter High gerade ist. Nein! Die hat er erst verpasst. Und gleich kommt die zweite. Die hat er erst. Chill dein Leben, Mann. Ich komm nicht aufs Boot. Oh, er dreht um. Wie komm ich jetzt wieder hoch? Ja, der hat ihn doch einfach verpasst. Ah, ja. Das ist geil. Ich komm zurück. Gibt's hier sowas wie einen R5 Modus? Nett, gell? Nein, leider nicht. Oh, Alter. Da bin ich schon mal auf dem halben Leben. Regeneriert man auch Leben, oder? Ja, löst halt nicht. Nope. Ahja, die Fässer würde ich dir empfehlen einzusammeln, weil da gibt's dann... Nope. Okay, wie... Gibt's da irgendwie so einen Wurf-Dropdown oder so, was man machen muss? Nope. Crap. Wie, Wurf-Dropdown? Nope. Also das ist meins, dass der Haken droppt. Nope. Nee, wie weit man das ranzieht. Nope. Nee, 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 nee. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also ich brauche Plastik und Seile. Seile kannst du craften. Das zeige ich dir noch. Seile habe ich selber. Ich brauche aber Plastik und ein bisschen Holz. Warte, was ist Plastik? So, mein ganzes Holz ist Plastik. Ja, und doch alles. Kunststoff. Ja. Danke, und Holz bitte auch. Habe ich nur zwei Stück, die wir mal behalten. Ja, das reicht schon. Wo ist es denn? Flo, hast du Zeit? Hast du Zeit? Hey! Bist du Zeit? Brauchst du das Holz oder was? Ja. Ja, liegt's. Sehr schön. So viel brauche ich. So, und zurück. Und zurück, und zurück, und zurück, und zurück. Und jetzt springe an Land. Ja, heim. Guck, ob da irgendwo Obst oder sowas rumliegt. Das liegt an den Früchten, an den Dingern dran. An den Bäumen oder was? Ja. Auf dem Boden, oder wo liegt das? Rehren, wo sträuchern oder so. Mist, ich hab keinen Anker. Da musst du halt heben. Aber hier ist relativ wenig. Hast du was gefunden? Ich hab nur Mango gefunden. Ja, die kannst du einfach nicht abernten. Oh crap. Warum kann ich die nicht ernten? Weil du kein Ding hast. Hast du eine Axt? Nee, aber kann ich nicht mehr machen. Du kannst die Axt noch? Oder? Benötig Planke, benötig Trott und benötig Seil. Okay, nee, davon hab ich gar nichts. Komm mal wieder hierher, komm mal wieder hierher rauf. Was, wo? Okay, ich geb dir gleich das Paddel, okay? Dann paddelst du weiter nach vorne, okay? Mhm. Okay. Ich hab's hier gedoppt, ich hab's hier gedoppt, hinter dir, hinter dir. Wo? Dieses Päckchen aufheben. Dieses Päckchen aufheben. Jetzt paddel einfach zurück, was du kannst. Paddel, paddel, paddel. Ich bin gleich bei dir hierher. Muss ich denn das mit Geschwindigkeit oder eher nach lang drücken oder wie? Einfach immer nur drücken, 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 drücken. Scheiße, ihr gebt echte Mangos. Oh, der Hei ist da. Wie, hat's wieder festgebissen? Nee, schau mal eins. Okay, ich glaub, ich komm, es ist keine Mangos an Bord, also. Was ist das für ein komisches Game, Alter? Das ist nicht komisch, wenn du drin bist, andere Richtung. Jetzt kannst du Paddel wieder lassen. Wir treiben ihn. Jetzt kannst du wieder Sachen grabben. Bin ich gerade bei. Du kannst mal versuchen, uns auf dieses kleine Floß darüber zu paddeln. Ja, was ist das? Ist das deins, oder was? Nein, das ist meins. Da sind so Kisten drauf für Sachen drin. Warte, stimmt. Ich hab'n Hammer. Wieso hammern wir da nicht? Hast du schon Fortnite weitergespielt? Nö. Ich bin jetzt aufs Level 51. Und seit wann ist Raft aus? Seit gestern? Echt? Also relativ neu. Dann müssten wir das eigentlich streamen, oder? Könnten wir. Aber ich wär' jetzt echt nett, wenn du schon mal darüber paddeln würdest. Ja. Wie kann man nochmal Inventar wechseln? Ja, auf Tab und dann umziehen. Einfach darüber bitte 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 bitte. Danke. Und dann einfach stillhalten, schön stillhalten, okay? Oh, sonst komm ich nicht mehr von der Insel runter. Oder gib mir das Paddel. Gib mir das Paddel. Ich will kurz ein bisschen was aufsammeln. Du weißt, dass wir davon weggetrieben werden. Schau mir einfach das Paddel. Jetzt chill. Du weißt aber auch, dass das Paddel, weil du hops, geht, ne? Okay, hab' ich jetzt noch? Keine Ahnung. Jetzt ist er ungefähr auf dem Viertel. Ja, das reicht noch. Wenn mir ungefähr noch ein bisschen näher ist, schwimm ich rüber, okay? Würde ich dir nicht empfehlen, der High ist im Montag. Ja, hab' und ne. Sag mir, wenn er kommt. Hinter dir. Alles gut. Einer ist es. Und ich komm zurück. Halt, was war da drauf? Ja, hier ist Stein, Flanke, paar Bolzen. Hey, das geht unter. Ja, das geht unter. Weil wir alles runter haben. Also, wir brauchen als nächstes... Hast du mir auch ne Frucht oder so? Das mache ich. Halt, ich hab' Wassermelone. Ja, isst es, da kriegst du Wasser alles. Wie kann man die essen? Also, ich guck. Flanken. Oh, äh, du kannst mir kurz nur Flanken besorgen, gell? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020